Hallo, mein Name ist Christian. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr die AS5000 desinfizieren könnt. Eine Desinfektion wird vor allem dann dringend empfohlen, wenn die Anlage länger nicht genutzt wurde, zum Beispiel nach einem langen Urlaub. Aber auch so wird die Desinfektion alle drei bis sechs Monate empfohlen, um der Biofilm- und Keimbildung im gesamten Filtersystem vorzubeugen und die geschmackliche Qualität wieder aufzubereiten. Durch eine regelmäßige Desinfektion sichert ihr euch die Reinheit eures kompletten Filtersystems. Für die Desinfektion benötigen wir die Blindkartusche, die Eckstücke, das Desinfektionsmittel, Teflonband, den Vorfiltergehäuseschlüssel und einen 16er Mausschlüssel. Wir aktivieren als erstes das Desinfektionsmittel, indem wir den Beutel vorsichtig aufrollen. Dadurch öffnet sich die innere Kammer durch ein leises Zischen und die beiden Flüssigkeiten können nun miteinander reagieren. Nach einiger Zeit verfärbt sich der Beutelinhalt gelb und es kann sein, dass nach ein paar Stunden ein chlorähnlicher Geruch entsteht. Unser Tipp, füllt euch nochmal ausreichend gefiltertes Wasser ab, denn während der Desinfektion darf das Wasser aus der Anlage nicht getrunken werden. Damit die Desinfektion funktionieren kann, müssen alle Kohlefilter ausgebaut werden, da sie sonst das Desinfektionsmittel neutralisieren würden. Wir ersetzen daher den Aktivkohlenachfilter durch die Blindkartusche und fügen anschließend das Desinfektionsmittel in das erste Vorfiltergehäuse ein. Damit sich das gasförmige Desinfektionsmittel effektiv im Filtersystem verteilen kann, wird ein Zeitraum von 24 Stunden empfohlen. Starten wir also nun die Desinfektion und nehmen vorab wie immer den Schwamm aus dem Aquastop, damit dieser nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Wir schließen zunächst die Wasserzufuhr am Kaltwasseranschluss und schließen den Tankanschluss. Abschließend öffnen wir den Hahn für gefiltertes Wasser, um den Druck aus der Anlage abzulassen. Unser Tipp, holt euch die Anlage aus dem Unterschrank hervor und setzt sie auf ein Tuch oder eine Wanne, um einfacher an der Anlage arbeiten zu können. Wir entfernen als erstes den Aktivkohlefilter aus dem Vorfiltergehäuse 2. Wir setzen den Vorfiltergehäuseschlüssel auf die Schiene auf und öffnen das Gehäuse vorsichtig in Pfeilrichtung Open für Öffnen. Wir drehen das Gehäuse von Hand los und heben die Anlage hinten leicht an, um das Gehäuse hervorziehen zu können. Wir entsorgen das Wasser und entnehmen anschließend den Aktivkohlefilter. Wir säubern das Gehäuse mit einem trockenen und sauberen Tuch und drehen es anschließend wieder in Pfeilrichtung Close für Schließen an der Anlage fest. Nutzt gegebenenfalls den Vorfiltergehäuseschlüssel noch einmal zum Nachziehen. Wir legen uns ein Tuch unter den Nachfilter, um austretendes Wasser auffangen zu können. Wir lösen die Schlauchverbindung von Hand oder mit einem Maulschlüssel und fangen das Wasser aus dem Schlauch mit dem Tuch auf. Danach legen wir uns das Tuch auf der anderen Seite unter den Filter und lösen auch hier die Schlauchverbindung. Abschließend lösen wir auch die dritte und letzte Schlauchverbindung auf der Rückseite des Filters. Wir können nun den Aktivkohlenachfilter aus den beiden Halteklammern herausziehen und das austretende Wasser im Eimer auffangen. Wir wollen jetzt die Blindkartusche vorbereiten. Dafür benötigen wir die beiden Eckstücke aus dem Nachfilter. Wir drehen uns also das T- und das Eckstück aus dem Nachfilter heraus. Wir werden jetzt die beiden Gewinde der Verbindungsstücke mit Teflonband umwickeln. Wir legen uns das Teflonband dafür gerade auf das Gewinde auf und ziehen es straff ca. 15 bis 17 Mal um das Gewinde. Das Gewinde zeichnet sich unter dem Teflonband noch leicht ab. Mit dem Finger ziehen wir das Ganze noch einmal glatt und die vordere Öffnung sollte nicht verdeckt sein. Das vorbereitete T-Stück drehen wir nun gerade auf der Kopfseite der Blindkartusche in das Gewinde ein. Das Eckstück setzen wir auf der anderen Seite der Blindkartusche in das Gewinde ein und drehen es von Hand fest an. Mit dem T-Stück rechts setzen wir die Blindkartusche auf die beiden Halteklammern an der Anlage auf. Der Schlauch von der Anlage kommend wird auf der Rückseite in die Öffnung der Blindkartusche gesteckt und von Hand oder mit einem Maulschlüssel festgedreht. Die lose Schlauchverbindung vom Tank kommend drehen wir an der seitlichen Öffnung der Blindkartusche fest. Die Schlauchverbindung vom Wasserhahn kommend befestigen wir abschließend auf der anderen Seite der Blindkartusche am Eckstück. Wir öffnen dafür Vorfiltergehäuse 1 mit dem Vorfiltergehäuseschlüssel. Wir setzen ihn auf die Schiene auf und ziehen ihn bis oben hoch. Aber Vorsicht, setzen wir zu tief an, können wir abrutschen und uns die Finger verletzen. Wir drehen das Gehäuse von Hand los und heben die Anlage auf der Rückseite wieder leicht an, um das Gehäuse hervorziehen zu können. Das Wasser entsorgen wir in unserem Eimer. Hey, ihr habt noch eine Wasserfilteranlage im Familien- oder Freundeskreis? Die Desinfektion kann bis zu 7 Tage lang eingesetzt werden und mehrere Anlagen desinfizieren. Und wenn du mehr nützliche Tipps haben möchtest, dann schau dir dieses Video bis zum Ende an. Wir legen den Desinfektionsmittelbeutel um den Filter. Wir setzen das Gehäuse zurück an die Anlage und drehen es von Hand fest, nutzen gegebenenfalls den Vorfiltergehäuseschlüssel, um das Ganze noch einmal festzuziehen. Die Anlage ist jetzt bereit für die Desinfektion. Dafür öffnen wir den Tankanschluss und öffnen die Wasserzufuhr am Kaltwasseranschluss. Damit sich das gasförmige Desinfektionsmittel im gesamten Filtersystem verteilt, ist es wichtig, den Wasserhahn mehrmals täglich für ca. 5 Minuten zu öffnen. Nur durch die Zirkulation können alle Bauteile erreicht und auch gereinigt werden. Super, wir sehen uns dann in ca. 24 Stunden an dieser Stelle wieder. Willkommen zurück! Nach der erfolgreichen Desinfektion können wir die Anlage jetzt wieder zurückbauen. Dafür schließen wir den Kaltwasseranschluss. Wir schließen den Tankanschluss und öffnen den Wasserhahn für gefiltertes Wasser, um den Druck aus der Anlage abzulassen. Wir öffnen Vorfiltergehäuse 1 vorsichtig mit dem Gehäuseschlüssel in Pfeilrichtung. Wir heben dabei die Anlage wieder leicht an, um das Gehäuse besser nach vorn herausziehen zu können. Wir entnehmen den Desinfektionsmittelbeutel und können diesen jetzt bedenkenlos im Hausmüll entsorgen. Es sei denn, er soll nochmal bei einem anderen Filtersystem zum Einsatz kommen. Das Gehäuse können wir jetzt wieder an der Anlage festdrehen. Wir wollen jetzt den Aktivkohlefilter zurück in das Gehäuse setzen. Dafür öffnen wir es mit dem Vorfiltergehäuseschlüssel in Pfeilrichtung. Wir heben die Anlage auf der Rückseite an und heben das Gehäuse nach vorn heraus. Das Wasser entsorgen wir im Eimer. Wir nehmen den alten oder einen neuen Aktivkohlefilter und setzen ihn mit dem weißen Ring nach oben in das Gehäuse ein und befestigen das Gehäuse wieder in Pfeilrichtung an der Anlage. Wir legen uns ein Tuch unter die Blindkartusche und lösen in diesem Fall auf der linken Seite die Schlauchverbindung zum Wasserhahn. Wenn kein Wasser mehr aus dem Schlauch tropft, können wir das Tuch jetzt auf der anderen Seite unter die Blindkartusche legen. Die Schlauchverbindung zum Tank lösen wir auch hier von Hand oder mit dem Maulschlüssel. Abschließend lösen wir die letzte Schlauchverbindung auf der Rückseite der Blindkartusche. Unser Tipp, wenn ihr euch jetzt den Umbau mit den Eckstücken sparen möchtet, dann besorgt euch die beiden Eckstücke noch einmal bei uns im Shop. Die Blindkartusche wäre dann für die nächste Desinfektion bereits vorbereitet. Andernfalls müssen wir die beiden Eckstücke jetzt wieder aus der Blindkartusche herausdrehen, um sie für den Nachfilter verwenden zu können. Übrigens, wie immer findet ihr alle wichtigen Informationen zu unseren Produkten und auch die Links dazu in unserer Beschreibung, direkt unter dem Video. Die leere Kartusche können wir öffnen und von innen säubern. Wir achten aber darauf, dass wir den schwarzen Gummiring nicht verlieren. Damit die Verbindungen immer schön dicht sind, umwickeln wir die Eckstücke noch einmal neu mit Teflonband, bevor wir sie in den Nachfilter eindrehen. Unter Berücksichtigung der Flussrichtung setzen wir das T-Stück auf der rechten Seite des Filters in das Gewinde ein und drehen es von Hand fest. Dabei sollte das gesamte Gewinde im Nachfilter eingedreht werden. Auf der anderen Seite befestigen wir das vorbereitete Eckstück und drehen auch dieses in das Gewinde des Nachfilters ein. Wir setzen den Nachfilter in die beiden Halteklammern ein und beachten dabei die Flussrichtung. Das lose Schlauchstück von der Anlage kommend befestigen wir auf der Rückseite an der Öffnung des Nachfilters. Wir nehmen uns den losen Schlauch vom Tank kommend und befestigen ihn an der seitlichen Öffnung des Nachfilters. Wir drehen ihn von Hand fest und nutzen gegebenenfalls den Maulschlüssel noch einmal zum Nachziehen. Abschließend befestigen wir den losen Schlauch vom Wasserhahn kommend auf der anderen Seite im Eckstück. Glückwunsch, die Desinfektion ist abgeschlossen! Wir wollen die Anlage jetzt wieder in Betrieb nehmen und setzen sie dafür auf ein Tuch in den Unterschrank, um Undichtigkeiten gleich leichter erkennen zu können. Um die restliche Desinfektion aus der Anlage zu spülen, lassen wir eine komplette Tankfüllung durchlaufen, bevor wir das erste Wasser trinken. Dafür öffnen wir den Tankanschluss und öffnen die Wasserzufuhr am Kaltwasseranschluss. Ist die Anlage dicht, können wir abschließend den Schwamm zurück in den Aquastop setzen. Eure Anlage ist jetzt wieder betriebsbereit. War das Video hilfreich? Dann vergiss nicht uns zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Hat euch das Video gefallen? Dann liked uns und folgt uns auf unseren Kanal oder lasst es mir ein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal!